Hi, wir haben Artyom über alexshow.de kennengelernt und gefunden und wir finden er hat eine super Leistung gemacht und der Abend war super schön und es hat uns echt gefallen und die Gäste sind sehr zufrieden. Er hat einen sehr guten Job gemacht, er hat auch zwischen Tätigkeiten, Aktivitäten und den Essenspol hat er genügend Pausen gelassen. Wir waren mit der Arbeit im Gesamten sehr zufrieden. Es gab genügend Spiele, die Leute waren sehr unterhalten. Er hat alles erfüllt, was wir wollten. Danke!